Kommt jetzt nach Bitcoin Spot ETF, der Ethereum Spot ETF, denn hier steigen gerade große Interessen auf, denn das große Update steht vor der Tür. Aber nicht nur das, ihr habt euch auch noch gewünscht, Jay kannst du bitte mal Sui und WeChain analysieren, da sehen wir heute ebenfalls auf dem Plan und gegebenenfalls bewegen wir uns tatsächlich in einer Altcoin Season. Was das zu bedeuten hat, das erfahrt ihr in diesem Video, auf den Abo-Button, wir sehen uns gleich nach dem Intro. Wir starten mit dem aktuellen Firmen Green Index und 72 auf der Richterskala, somit weiterhin im gierigen Bereich. Es ist unglaublich, nach dem erfolgreichen Bitcoin Spot ETF kommt Ethereum ebenfalls aufs Platon und sie wollen auch damit partizipieren, respektive die grossen Vermögensverwalter wollen das tun und das ist ein entscheidender Faktor. Neben dem kommt natürlich auch noch das Ganze, den Coon Upgrade von Ethereum, das ebenfalls sehr wichtig und spannend ist für die komplette Community. Naja, aktuell sagt man, bis zu 50% wäre eine Wahrscheinlichkeit da, dass es bis im März bewilligt wird. Eher so gegen August wäre es dann realistisch. Also hätte man gegebenenfalls aktuell die Zeit zu akkumulieren. Ja, von heute bis und mit August, denn sollte es tatsächlich zu einem Spot ETF kommen, weiss man, wie viele Milliarden an Vermögen aktuell in die Spot ETFs einlaufen und das mit dem zweitgrössten Platzhirsch im Kryptospace wäre es tatsächlich machbar. Was denkt ihr, würdet ihr hier mitpartizipieren? Habt ihr Ethereum oder seid ihr Bitcoin-Onlys? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, würde mich natürlich brennend interessieren. Ja, und für all die, die eben Ethereum haben, es ist und bleibt interessant, denn mit dem nächsten Upgrade, das ebenfalls im März geplant ist, wird es bis zu 90% Transaktionspreissenkungen kommen. Also das wird dann schon nochmal günstiger und nochmal interessanter. Darauf wartet eigentlich auch schon sehr, sehr lange die Community. Bin also gespannt, ob der dedizierte Korridor und eben der Blockraum für die Roll-Ups wirklich so erfolgreich sein wird oder nicht. Auch hier dürft ihr gerne eure Meinung dazu bilden. Denn wenn man zu den Spot ETFs geht und BlackRock nochmal unter die Lupe nimmt, muss man sagen, eigentlich haben sie die langweiligste Werbung, die es überhaupt gibt. Aber auf die andere Seite kommen Analysten und sagen, naja, so langweilig ist das nicht, denn die, die eben Geld haben, wir stehen auf solche Sachen. Ja, hier sieht man eigentlich nur ein Flugzeug und eine Landebahn, aber im Endeffekt sagt man einfach, ja, steig doch noch ein ins Flugzeug, bevor es wieder abgeht, auf gut Deutsch. Und ja, BlackRock hat aktuell den höchsten Inflow zu verzeichnen. Und ja, es gibt einen Bericht, der ein bisschen hin- und hergerissen ist. Da gibt es nämlich hier, der Bitcoin-Preis steigt weiter, aber wo sind die neuen Investoren? Naja, es wird ein bisschen, wie soll ich sagen, wie Zuckerwatte, ein bisschen rausgezogen, aber man versteht die Mechanik nicht. Denn in diesem Bericht wird ganz klar erläutert, und das habe ich tatsächlich auf Reuters schon gelesen, dass die Investoren eher enttäuscht sind von der aktuellen Rendite von Bitcoin, weil der Vorhype viel höher gewesen ist, als aktuell der Hype mit den aktuellen Zuflüssen. Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, das ist meiner Meinung nach eher ein Beratungsfehler, aber ich gebe es gerne hier nochmals zu. Grayscale aktuell hat man einfach nicht daran gedacht, dass sie in so einem starken Abfluss generieren. Man hat gewusst und man wusste, dass sie natürlich ihren eigenen Spot ETF aufbauen, und man hat eher damit gerechnet, dass alle in dieser Cloud implementieren. Wie wurde aber nicht passiert oder ist nicht passiert, es gingen eher Abflüsse raus, und ja, das war natürlich hier ein Eigentor aktuell für GBDC, aber es hat massiv den Gott-Candle-Erwartungen natürlich völlig entgegenentsprochen. Denn die 7 Milliarden, die GBDC bereits schon in den Sellout gedrückt hat, konnten die anderen zwar total akkumulieren, aber man hätte bereits 13 Milliarden und nicht nur 4 Milliarden oder 5 Milliarden in Flow. Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aus diesem Grund muss man das natürlich schon verstehen. Sobald natürlich die kompletten Ausverkäufe da sind, wird es nochmal interessant. Und dann fragt man sich natürlich, wohin gehen die Spot ETFs von Ethereum. Die Altcoin Season Index, der bewegt sich lang, aber sicher Richtung Altcoin Season. Ja, da stellt man sich ebenfalls die Frage, welche Altcoins performen denn aktuell. Man weiss, dass zum Beispiel Worldcoin unter anderem schon über 200% gemacht hat in den letzten Wochen. Das aber ihr, naja, für mich ist es ein absolutes Shitcoin Project, aber Samuel, jetzt wollte ich schon Bankman sagen, wie heisst er denn nochmal? Naja, Samuel von JetGBT, der Gründer, der ist eben auch dafür verantwortlich und die KI-Coins werden aktuell sehr stark bewertet. Das kann also sehr interessant sein, aber ich glaube, man könnte da auch relativ schnell Geld verlieren, daher passt er mir auf jeden Fall auf. Aktuell die beiden Coins, die ihr gewünscht habt, Wett mit 110%, Sui mit über 250%, schauen wir uns gleich im Chart an. Bitcoin mit 39,2%, aktuell halt immer noch langfristig für mich der absolute Top-Performer, auch wenn man jetzt hier in den letzten 30 Tagen sieht, dass da, ja, WeChain und Sui sicherlich besser performt haben. Aber das schauen wir uns jetzt ganz klar auch in der Chart-Analyse an. Aus diesem Grund sind wir hier auch da und wir schauen uns als erstes Bitcoin an, denn ich habe euch gestern nochmal geschickt, dass wir hier von dem Bereich hier, wo wir waren, wir wurden hier nochmal abgelehnt in der oberen Trendlinie, gesagt, wir gehen nochmal in diese Box, haben sogar einen kleinen Hammer gebildet, so wie ihr seht, die Box haben wir abgearbeitet, einen Hammer, jetzt haben wir eine 4-Stunden-Candle, die gerade grün ist, ja, bei mir gelb, aber ihr wisst, was ich meine. Mit der zweiten sollte dann der Trend weitergehen, wir müssen hier unten aufpassen und genau aus diesem Grund arbeite ich mit zwei MICD-Einstellungen, weil die Kurzfristige mir hier schon gesagt hat, Achtung, es kommt noch nicht zum Cross, wir gehen nochmal in eine kleine Verschnaufpause und da sehen wir, dass hier kein Cross gekommen ist, bei der Langfristigen MICD, somit war für mich klar, dass wir hier nochmal korrigieren und ich euch unbedingt schnell dieses Update per Telegram durchbeame. Ja, wir haben immer noch das Target da Richtung oben, ja, egal wo wir ausbrechen, ja, sieht immer noch aktuell aus, dass wir hier Richtung 54.000 kommen, es fehlen aktuell auch noch die Inflow-Daten vom 19. Februar, das wird nämlich noch spannend, ich weiss nicht, ob da gerade ein Tag frei war oder so, dass die Daten nicht updatet wurden, aber die kommen, wenn die kommen, wird es natürlich noch interessant. Worauf wir aber uns jetzt ein bisschen, ja, aufpassen müssen, ja, wir haben jetzt hier eine neue Trendlinie, die sich hier bildet und wenn man da ganz genau hinschaut, dann könnte es gegebenenfalls hier auch nochmal zu einem möglichen, ja, das ist nicht schön gezeigt, Ascending kommen und das wäre natürlich dann spannend für uns, ja, für, für, den weiteren Anstieg von Bitcoin, wir gehen hier auf diese Linie, dann sehen wir, dass wir die Chance hätten, hier nochmals ein Ascending Triangle zu sehen, das wäre ein eher starkes Pattern nach oben, eine Konsolidierungsphase in der Spitze und wenn man hier den grösseren Abverkauf nimmt, das wäre der hier, ja, dann haben wir eigentlich die gleiche, plus minus ein bisschen höhere Performance als mit dem vorherigen Bereich, dann gehen wir also auch hier in diese Box mit ein. Aus diesem Grund nehme ich die hier weg, wir behalten das hier, die Diagonale nehme ich auch weg, das nehme ich auch weg, so, dann behalten wir das, das bleibt weiterhin bestehen hier, ja, das haben wir immer noch mit diesem Low, mit diesem High, mit diesem Low, haben wir die J-Wave vorbereitet, übergeordnet haben wir immer noch 59.000, im Orderbuch hat sie nichts verändert, meine Damen und Herren, das bleibt weiterhin, ja, die, ich sage mal, die Sellwall ganz klein bei 53.000 und der Support, ja, aktuell eher hier wieder Richtung, 48.000, beide eher schwach auf der Brust, somit muss ein bisschen vorsichtig sein, aber wie wir es gerade sehen, geht es meiner Meinung nach in die Richtung, auch hier noch ein bisschen vorsichtig sein, die J-Ribbon fängt sich an, ein bisschen zu konsolidieren, noch nicht ganz schlimm, solange noch kein Badge across, das ist auch positiv, aktuell warten wir hier, hier unten auch, wir sind aus dem überbekauften Markt heraus, jetzt muss hier nur noch Volumen kommen, ich glaube, das kommt mit der Inflow-Daten, der Spot ETFs, spätestens heute Nachmittag. Ja, WeChain, wir hatten das schon mal gemacht, ich weiss nicht, ob wir das im Academy Club gemacht haben, oder im öffentlichen Bereich, haben wir eigentlich diese Fächerstrategie hier abgeholt, also da sind wir ein bisschen mit hier in den Bereich reingegangen, von 0,0146, haben eigentlich eine schöne Performance gesehen, also all diejenigen, die hier bei WeChain reingegangen sind, können sich eigentlich freuen, weil wir haben hier eine schöne Preissteigerung gesehen, ich würde sagen, der Durchschnittspreis, ja, der wäre ungefähr dann bei dem Niveau, ja, wenn wir das hochziehen, dann hätte man aktuell, ja, um die 200% plus gemacht, das mit noch einem Dreierhebel, da seid ihr schon bei 600, bei Fünferhebeln habt ihr schon 1000% Profit gemacht, das sieht also alles sehr rosig aus, wenn man das jetzt aber anschaut, wir sehen, wir haben hier eine relativ starke Bärische Cross gesehen, auf der bullischen Seite, die waren lang, lang überhitzt, im RSI-Sektor, sind immer noch bullish mit EMA 200 und 300, das ist positiv zu betrachten, aber was wir hier sehen, das macht uns ein bisschen Sorgen, wir sehen hier unten einen möglichen Support, und wenn dieser Support aber dann brechen wird, hätten wir ein Descending Trangle, also das pure Gegenteil zu dem, was wir gerade bei Bitcoin sehen, und dann müssen wir das nach dieser Candle hier berechnen, und dann würden wir hier in den Bereich von 0,039 zurückfallen, das wäre dann also für euch auch eine Chance, nochmals bei Bitcoin einzusteigen, für diejenigen, die es wollen, ein bisschen vorsichtig bleibt, oder muss man bleiben, ich würde auch sagen, wir holen hier uns noch ein Case dazu, in dem wir die J-Wave anwenden, ja, also hier wäre es mit Rebuys ab dieser Zone beim Golden Pocket bei 0,036 bis runter auf 0,034, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, alles andere sieht soweit vernünftig und gut aus, solange wir auch hier oben bleiben, bleiben wir oberhalb der 200. EMA, auch das ist gut zu performen, optimal wäre es natürlich, wenn wir die J-Ribbon nicht nach unten durchbrechen werden. Bei Zui, Zui hat ja auch einen unglaublichen Start hingelegt, ich glaube, jeder wünscht sich so einen Start, ich muss mal schauen, was Zui überhaupt für ein Projekt ist, muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie Zui in meinem Portfolio, ich weiss aber ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das gekauft habe, war selbst erstaunt, dass ich von denen eine gewisse Menge gekauft habe. Ja, wie sieht es hier aus, hier aktuell in den Indikatoren, wir sagen mal, was sehen wir, wir sehen hier abflachendes Volumen, wir sehen hier unten einen möglichen Anlauf nochmal, also ein Rumgewirbel, sind noch nicht in der Longzone drin, das bedeutet, der Coin kann noch tiefer fallen, okay, wenn wir das Ganze ein bisschen aufzoomen, laufen hier Alarmglocken, warum? Die J-Ribbon schnürt sich zusammen, das ist das erste, und wir sehen die Performance unterhalb der J-Ribbon, das sind Anzeichen dafür, dass der Coin tatsächlich nochmal richtig tief fallen kann, und da wollen wir natürlich schauen, gibt es den Fall aus diesem Grund hier Möglichkeiten, hier reinzukommen, wir sind also knapp vor dem 0,5er, hätten ein Bad Case Szenario von 1,38 bis 1,44, und aktuell das 0,5er wäre bei 1,70, sollte man also hier ein Pullback Niveau bekommen, dann kriegt man hier nochmal die Chance nach oben, wenn nicht, dann meine Lieben, dann fallen wir auf jeden Fall in die erste Box, zwischen 1,61 bis 1,65, und dann eben wie gesagt, hier im unteren Bereich, dann Richtung sogar EMA 300, das wäre dann schon eher schlechter für den Coin, aber eine gewisse Erholungsphase, tut dem bestimmt gut, so nach diesem Uptrend, was er gerade gehabt hat, sehr Wahnsinn, dann hat man natürlich dann auch wieder die Chance, eine neue Welle zu berechnen, die dann eher bullish wird, aber aktuell eher nochmals Möglichkeiten, hier tiefer zu fallen, gibt es noch eine Chance, einen Short-Einstieg zu machen, wenn man das shorten möchte, immer aktuell sehr gefährlich, denkt daran, an den Bullenmarkt, aber wenn man hier nochmal einstiegen möchte, dann hätte man die Chance, eine Fächerstrategie aufzubauen, zwischen 1,77 bis und mit 1,97, kann man eine Fächerstrategie aufbauen, für einen Short-Einstieg, hier unten würde ich auf jeden Fall, also nach der ersten Box, würde ich Gewinne realisieren, Stop-Loss nachziehen, und gegebenenfalls sogar Nachlaufstopp aktivieren. So, das war es von meiner Seite, ich wünsche euch alles Liebe, einen wunderschönen Tag, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, teilt das Video mit all euren Freunden und Familien, vielleicht kann ich dem einen oder anderen auch hier unter die Arme greifen. Tschüss aus der Schweiz, blieb gesund und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.